So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Kommentar von mir, wo ich spiele jetzt hier mit Controller und kann mich jetzt hier auch ducken, komme jetzt hier durch, ja und kann jetzt hier rumwasten und da ist ein Gegner und hab ja noch so eine Flashlight und dann hier halt alles, hab jetzt alles mal ein Controller angestellt. Ähm, dass ich hier mit dem Controller halt spielen kann, was ganz ein bisschen bequemer ist hier, weil ich hier halt die, äh, die Movements halt hier besser hab, man hört es vielleicht auch so ein bisschen klicken, hier so, ab und zu. So, jetzt gibt's hier wieder einen kleinen FAS-Anbrauch, aber das nur am Rande. Ah man, was da los, was da los, Stahlos, 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 was da los. Ich weiß, das ist Elotrix, aber ist mir eigentlich gerade ziemlich wurscht. Elotrix ist einfach nur cool und wenn man seine Dinge da verwendet, ist einfach nur episch, weil der einfach nur die geilsten Sprüche und alles drauf hat. Ja, ich spiele hier mit nem Saint-Tag-Gamer-Controller. Äh, ich mache hier keine Werbung für Saint-Tag. Ich bekomme kein Geld, weil sonst würde sich das so anhören. Was wäre ich nur ohne meinen Saint-Tag-Controller? Also, er ist das Beste, was mir je passiert ist. So würde ich das dann anhören. Aber so hört sich's ja nicht an. Also. So. Ja, ich hab das mit dem, hab nen neuen Account erstellt und hab dann die Steuerung und alles ausprobiert. Was das alles abgeht und was auch immer und hat jetzt mir hier halt... So, der Hauptkanon ist offline! Captain, der Kanon war meine letzte Defensiv-Option. Ähm... Ja, das ist ein Saint-Tag-Rumble-Force-Controller. Der ist ziemlich cool. Bissle breit. So Vita-breit. PS Vita-breit. Ziemlich massig. Ja, aber es ist einfach nur geil. Er hat hier auch so ne... Er leuchtet überall. Du kannst überall Lights anschalten und alles. Und hier noch so... Er ist noch so ein Maus-Controller für's Schauen. Da ist so ein Fadenkreuzkopf. Das ist richtig geil. Ich glaube hier jetzt zwar gerade voll in die Sequenz, aber... Die kennen wahrscheinlich diese ganzen Halo-Needs und alles. Die kennen das Ganze. So, jetzt rusht hier gerade meine Mutter rein. Mitten ins Video. Hallo, Mom. Get Cortana off this ship. Keep her safe from the enemy. If they capture her, they'll learn everything. Force deployment, weapons research. Earth. Ich verstehe. Ja, mein Bruder ist Otto, den kennt er ja. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mal ein Duel-Kommentary mit ihm haben wollt. Danke. Are you ready? Ja, ich weiß. Penis! Yank me. Good luck, Master Chief. So, let's go. So, let's go. So, jetzt muss ich hier ein bisschen was bashen, Leute. Bashen, bashen, bashen. Boah, geil, ich hab da ne Waffe. Whee! Was ist das eine? Hallo. Ist mal ne Waffe. Boah, hier, Waffe. Bam, 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 bam. Natürlich. Natürlich sind die Schwarzen wieder mal die stärksten. Oh, das ist nicht so egal. So, kann ich hier eine Waffe aufheben? Oder noch nicht. Dann ist raus. Geil auf! Hier. Das ist vor Augenblick. Die Marien können da helfen, Chief. BAM! Boah, in sein Face. So, wechseln wir mal hier Switch Weapon hier. So, ganz nice und so. Ja. Ich hatte das letzte Mal die Tastenbelegung etwas anders. Deswegen ist das hier leider gerade etwas... Äh, ja. Wisst ihr, was ich meine? BAM! In eure Fresse. Kleinen Maden. Wow, jetzt koppelt er hier auf dem Ding da rum, ey. Bist du geistig behindert oder so? Der Tipp da. Da ist geistig behindert, ey. Nach oben muss ich kommen. Geht, das muss kommen. BAM! Ach guck, man muss den mal ausrechnen, ey. Warum Bandy hoppen die hier so? Ja, ich weiß, dass das Ganze reloaded und sowas ist. Sonst hätte ich das ja schon längst... Ja. BAM! In seine Fresse. BAM! In seine Fresse. Und... Kannst du jetzt endlich mal von den Schlägen verrecken? Junge! Endlich. Junge! Junge! What the hell? Sie schreit so... What the hell? Sie schreit so... What the hell? Aaaaah! Bam! Wird ne Plasma-Dinge rein, ey. Sofort Plasma-Dinge rein, ey. Sofort rein. Sofort ins Gesicht. Batsch! Er schlagen, ey. Sofort Batz ins Gesicht schlagen. Sofort Batz, Batz, Batz. Dann wisst ihr, wie's läuft. Bisse! Ach... die haben irgendwie mehr Leben? Bleib deine Kopfschmerzen! Es ist ja klar, dass die nur mehr Leben haben. Mega-Panzerung! Ich liebe dieses Ding. Nein, 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 nein! Junge! Da kam halt einer so einen Seitengang, ey. Komm da. Ach, die sind viel zu schnell, ne? So vielleicht. Und nochmal! Ich schlag die mal wieder gehen. Sieht mir so witzig aus. Change for weapon? Blehlehlehlehlehleh! Bst. Ein Tipp, wenn ihr in einer hitzigen Situation seid, also mit hitzig meine ich in einer heiklen Situation seid, dann ladet nicht nach mit eurer Waffe, sondern wechselt die Waffe lieber. Das ist so ein Tipp von so einem Halo-Note. Ich spiele selber kein Halo. Das ist ja hier das Halo. Ich habe zwar Halo 3 durchgezockt und Reach mit meinem Kumpel, also bei und mit einem Kumpel war relativ geil. halt mit dem Dingens halt mit dem Controller und so. Ja, das erste Mal habe ich auf Easy gespielt, also mit dem Test-Dingens habe ich einfach auf Easy gestellt. Und da war das alles schon deutlich leichter. Jetzt merken wir halt die etwas angezogene Schädigkeitschuppe, obwohl das ja auch nicht so viel ist. Aber es ist ja so, aber man kann sich bei Halo schon auf seinen Sprachfluss konzentrieren, was ich ziemlich gut finde eigentlich. Das ist jetzt zwar keine hitzige Situation, aber wir sind hier auf die Fresse. So, ihr seht zwar gerade nicht, wie ich gerade auf meinen Kasten rumdödel und so, aber... Ihr könnt euch vorstellen, dass ich hier so auf meine Kasten haue und was auch auf meine Dinger. Ja, okay, wieder ein FPS-Anbruch. Was da los? Stah los! Stah los! So ein bisschen ducken hier so und dann hier so. Dass ich halt in dem Moment jetzt halt hier ein bisschen schade fand oder immer noch finde, dass keine Granaten oder so. Äh, ja, und ich habe diese kleinen Dinger da, also die immer die süßen Sequenzen habe ich immer übersprungen. Äh, dass ich nichts von der Story mitkriege, dass alles sozusagen blind ist. Also das Game ist immer noch blind. Ich weiß halt, wo ein paar Gegner kommen, aber das auch nicht. Ich habe halt bis aus dem Schiff rausgespult und dann halt die Dinger vorgespult. Und ab da bin ich dann zweimal verreckt bei der selben Stelle. Und dann habe ich gedacht, okay, den Spaß mit meinen Aggressionen hier gerade, die ich dann so beim Zocken habe. Das, äh, werde ich euch, äh, antun. Und ich werde euch das ins Spiel, äh, als Commentary noch bringen. Also hier als Let's Play oder eben Let's Play werde ich das dann bringen. Ja, meine Health Boots gehen langsam den Bach runter. Und was jetzt leicht blöd ist, ich habe ja auf Easy die Mission schon zweimal nicht geschafft. Und habe es ja immer noch nicht geschafft, weil ich nicht weitergezockt habe. Aber wenn ich jetzt hier so auf einer höheren Schwierigkeit zu verspiele, weiß ich echt nicht, wie ich das schaffe oder wie auch immer. Ja. Dann jetzt hier hoch, zack, 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 hier, patz, patz, patz. Ja, und hier hätte ich jetzt auch gesagt, hier, komm, einfach Granate hoch, fertig hier. Dann wäre es das auch gewesen für die Typen, ey. Dann wäre es das auch gewesen für die Typen, und dann wäre es das auch. Hier, dann, wenn die alle schön weg eliminiert worden, und dann hätten wir es kommen. Aber so weit kann es ja nicht kommen, hä? Wir werden das jetzt Whoa. engineer ja ging ja nicht beim Titeln zu rasieren. Was das denn so molt kämpft? ainda hätte ich geschehen, ja, jetzt nicht beim Titeln. Ich werde das, was ich damit zu sagen? Ich werde ja auch nichts machen, eben auf das Geld. Nun verwirrzt den Typen- Hey, nicht schlafen! Überraschungsangriff hat leider nicht geklappt. Sie haben mich gesehen, wie auch immer. Egal, ich hab die sämtliche Truppe da gerade weg eliminiert. Zack! Boom! Nochmal ins Gesicht! Nochmal ins Gesicht! Da seht ihr mal diese kleinen leuchtenden Dinger. Aber ich muss jetzt hier trotzdem mal so meine Taschenlammer an! Zack! Zack, aber jetzt brauche ich nicht mehr. Egal, egal, egal! Was? Was hast du gerade gesagt? Was? Schwarz? Was? Was ist schwarz? Ach so! Ja, aber dieses, ähm... Das andere Wort für Schwarz! Das ist etwas rastisch. So. Ach so. So. Ich muss das... Das hier wird jetzt geöffnet. Jetzt Flashlight on und... Durch die Gänge irren! Hm. Hello-Spieler kennen das. So, durch die... Gänge pimmeln. Ja. Ja, wie auch immer. Es kommen noch keine Gegner, soweit ich weiß. Wir haben auch auf einem anderen Schwierigkeitsgrad gespielt. Jetzt... So, wie lange habe ich denn schon? Oh, sind fast 15 Minuten, oder müssen jetzt so ungefähr 15 Minuten sein? Äh, ja. Äh, ja. Also. Äh, ich wünsche euch noch was, Leute. Ich besiege... Ich lade jetzt noch auf und besiege die kurze Gegner. Und das seht ihr im nächsten Part, wie ich diesen Gegner bestelle. Ciao! 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 Ciao!